Nach oben, nach oben, nach oben. Also schnelle Bälle hintereinander, wenn man zum Beispiel Drafen. Also dann quasi direkt nach oben, wenn es sich fackeln. Also... Ja, die Firewall. Also das sollte so... Ich weiß nicht, wie es aussah. Das sollte jetzt so eine Wand ergeben. Hat man erkannt. Ja, ich habe das lange nicht mehr geübt. Aber nicht da reinfallen. Da ist die Flasche auch mehr. Güte hat alles ausgetrunken. So, jetzt machen wir die Augenbrauen nach. Und jetzt gehen Sie kurz auf die Flasche. Ich bin der Flasche. Okay? Ich bin der Flasche. So, jetzt werden wir die Flasche.